Drei riesige Feuer und zig kleinere. Mittlerweile haben die Flammen insgesamt etwa 4000 Quadratkilometer zerstört. Bei San Jose wütet der zweitgrößte Brand in der Geschichte Kaliforniens. Viele stehen vor dem Nichts. Zu Beginn der Katastrophe haben die Nachbarn wie eine Familie zusammengehalten. Jetzt sind alle irgendwo verstreut. Auslöser für die heftigen Brände waren vor allem tausende Blitzeinschläge. Hitze und Trockenheit fachen die Flammen weiter an. Wenn sie nicht an den Klimawandel glauben, kommen sie. Nach Kalifornien twittert der Gouverneur des Staates in die Welt. Wir leben echt in verrückten Zeiten. Vor fünf Jahren gab es noch nicht jedes Jahr so heftige Feuer. Jetzt aber gibt es jedes Jahr einen neuen Rekord. Jedes Jahr. Bis in den Dienstag hinein erwarten die Einsatzkräfte neue Blitzeinschläge und den Auge.